Wir müssen zum Café Miore. Und das ist irgendwo hier unten. Gleichzeitig ist da noch ein Sidequest, wo man ja auch noch mitmachen will. Mal gucken. Mal sehen, wie es sich so ergibt. Müsse ich schon ein bisschen schneller laufen, Mädels. Also mitten in der Stadt unten, oder? So, gehen wir mal rein. Ist das oben, oder ist das hier unten drin? Das ist ja nicht. Das ist super beef. Ich weiß ja, ich habe gesagt nicht, wo das ist. Ganz oben, denke ich, oder? Ach nee, das hier. Oh. Der Staatsanwalt. Das war nicht normal, könnte man so sagen. Das war nicht normal. Das war nicht normal. Das war nicht normal. Das war nicht so schön. Das war nicht so schön. Ich weiß nicht, wie es sich so aus. Der Staatsanwalt war die erste Addeck 9. Er hatte auch die Verkaufelung. Er hatte die Verkaufelung. Er hat auch die Verkaufelung. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Der Verkaufel ist, hat er die Verkaufelung des Addeck 9. Aber es ist auch etwas, was er. Aber du hast du nur gesagt, dass du dich nicht so ausfälligst? Ich habe gerade den Hübschen gefordert, mit dem Spannungsgericht mit dem Schwerpunkt. Ich habe einen Einzelnen von Känzüseh-Berner gefordert. Ich habe das Gefühl, dass du mit der Känzüseh-Bernern in den Känzüseh-Bernern gewählt. Ich habe das Gefühl, dass du mit der Känzüseh-Bernern in den Känzüseh-Bernern in der Känzüseh-Bernern in den Känzüseh-Bernern. Hm, das wird nicht überraschend, natürlich. Ja, vielleicht haben wir uns in ihm getäuscht, aber hm. Was ist das, was ich? Die Kinder haben sich in der Familie gebetetet. Das ist das, was ich. Deswegen haben wir heute die Begründung gebetetet. Das ist das Schöno-Labor. Das ist das, was ich. Ich habe die Angelegenheit, die sich in der Moschra zu verletzen. Wenn ich das herausfinde, dann wird das ein starkes Verletzungsgericht. Nein, aber... ... dass ich das Verletzungsgericht... ... dass ich so... ... was ich... ... und was ich mit dem Verletzungsgericht und den Verletzungsgericht? Ich glaube, was ich mit dem Verletzungsgericht? Ja. Ja, das stimmt. Ich kann es nicht verraten. Ja, das stimmt. Aber wenn ich mich auf Addeck-Nine verletzeuge habe, wie soll ich das? Wie soll ich das machen? Ich habe, dass ich mich für Aya-Bei verletzte, die Addeck-Nine verletzte. Das war's. Ich weiß nicht, was ich. Ich verstehe. Hm? Ich denke, dass ich mich nicht behebte, dass ich mich nicht behebte. Ich kann mich nicht behebten. Wie ist das? Ich kann mich nicht behebten, dass ich mich nicht behebte. Wenn ich mich nicht behebte, dass ich mich nicht behebte, dass ich mich nicht behebte. Und? Wenn ich mich nicht behebte, dann grönen wir den. Ich kann mich nicht behebten. Was? Es ist noch kein Plan? Das ist so. Aber es ist alles. Aber es ist alles, wenn ich mich nicht behebte, wenn ich mich nicht behebte, was. Ich weiß nicht, ich werde etwas machen. Ich werde mich nicht behebten. Ist das schon mal was? Ja, da hat er recht. Okay, aber hier ist noch ein Zeitquest. Wo ist der? Madame vielleicht? Okay, das ist neu. Hm? Ja. Ah, er sitzt da schon. Mhm. Hm? 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 Ja! Hahaha! Hm? So, was glotzt er mich so an? Er hat einen Job oder was? Ja, lass mal mit ihm klatschen. Oh, und was? Ist ja der Typ mit dem, mit dem Rechten, ne? Oh, das war nicht schlecht letztes Mal. Tja, Kohle kann ich im Moment gebrauchen, völlig blank. Oh, das war nicht schlecht. Oh, das war nicht schlecht. Das ist ein Mann. 11 mal 99 ist 4, 22 mal 0 ist 1, 3 mal 4 ist 2, was zum Teufel, hm, na, da muss man schon ein bisschen drüber nachdenken, man sieht oben, 2 mal 111, 222 sind 3 Zahlen, 222 mal 0 ist 0, ist eine Zahl, 11 mal 99 ist 1000 irgendetwas, sind auf jeden Fall 4 Zahlen und 3 mal 4 ist 12, macht 2 Zahlen, so, wenn man das jetzt knackt, dann ist das obere, 11 mal 3, 3 mal 33 sind 3 Zahlen, 12 mal 99 ist 1000, also ist irgendwie 4, sonst gesagt 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hm Los jetzt 3, 4, 1, 2 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Oh nein, es gibt noch ein nächstes Verhalten, hm. Katsching, sehr gut. Tja, okay, hatten wir noch einen coolen Nebenjob. Oh, lecker, lecker, lecker. Okay, gibt es noch was hier? Jacke können wir mal machen. Nochmal eben, würde ich sagen. Tut ja kein weh. Äh, ist das in der Nähe? Äh, bop, 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 bop. Müssen wir doch mal eben kurz die Fallakte checken. So, das haben wir geklärt. Okay, das ist auch ziemlich pervers gewesen, der Gute. Scherfzug. Wäre auch. Warte mal. So, was ist noch offen? Jacke hatten wir gerade gesagt. Achso, hm, den können wir auch nochmal eben machen. Wo ist denn das? Okay, Moment, 20 Minuten. Da oben haben wir irgendwas Näheres. Hm, okay, dann lassen wir uns 20 Minuten Ding machen. Das ist zwar ganz oben, na gut. Auf dem Weg dahin werden wir uns natürlich wieder 14 Mal kloppen. Wir sammeln hier einfach alles ab. Jo, alles, was in irgendeiner Weise Geld bringen könnte. Chronisch pleite. Oh, natürlich falsch abgebogen. Komm, macht mal Platz, Leute. So, irgendwo hier muss es sein. Geh mal quatschen. Hm, den kennen wir ja, aber die Jungs sind noch nicht weg. Doch, jetzt können wir. Junge, dich kennen wir ja. Deine Freundin sucht dich, Junge. Geh mal nach Hause. Deine Freundin. Oh nein. So fügt sich alles zusammen. Und ja, ist sein Pfiffi schon wieder weg. Oh, oh. Yagami-san. Was ist das? Yagami-san. Immer hat der Ebe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. was haben wir auch noch mit hinterher was haben wir auch noch mit Okay, wir müssen ran springen Jetzt aber Junge Klasse Action Fang den Hieb, oh Gott Klasse 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 Honigbärchen, Junge Zuckermäuschen Hallo Hallo Patsching Okay, Zeitfest erledigt, sehr gut Bestimmt noch irgendwas cooles hier, da zum Beispiel Lass mal hingehen Wir brauchen Para, so sieht es nämlich aus Ah Ah Also im Restaurant, oder was Der Typ steht da immer rum, ne Digi Oh Was ist los? Betrunken Mhm Oh Oh, hat die Geburtstag heute keiner gekommen? Hallo Oh Oh Hä? Ach er da hinten, hm Oh 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 Hm. Huh? Ah. Ah. Ja, nice. Guck mal. So schnell geht das. Hä? Fällt gar nicht auf. Good. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Nein. Oh Mann, das läuft richtig gut. Oh, jetzt wird's eng. Oh, das hat nicht funktioniert. Oh, das wird's. Oh, shit. 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 zu viel getrunken da drüben holt erstmal die polizei hey ging so ging so würde ich sagen so gehen wir hier raus so noch ein zeitquist oder zurück ins büro ich weiß nicht ich will kurz gucken hier ist auch noch einer oder versteckt nee wir hatten ja noch zig offen also warum sind die jetzt hier nicht eingezeichnet muss ich die irgendwie markieren erstmal kurz gucken hm hm lass uns mal zu jimmy gehen jimmy im nee, äh, wo ist denn der genau so, mit ihm mal quatschen, ob er mir nicht helfen kann bei diesem einen Quest ups ups internetcafé, das ist doch okay, das ist ja am Platz alles mitnehmen lange keine Nervensegel mehr getroffen, ne? so, drüben rein, mal gucken weil bei so Posts konnte der eigentlich immer helfen, irgendwie moin Meister das ist schlecht, ich dachte, er würde mir helfen, naja oh, es geht zeichnen naja, so, so so Oh. Ist ja cool, die kann nicht mehr in den Büro reinpfeifen. So, aber... Na, wie sieht's aus? Mh... Mh-mh-mh-mh-mh-mh. Mh-mh-mh. Was ist denn das in es? Ja. Das war peinlich, allerdings. Das war es nicht so. Das war es nicht so. Nein, das war es nicht so. Das war es nicht so. Cool. Und, wie ist es? Schmeckt ekelhaft. Und, wie ist es? Oh, cool. Und, wie ist es? Und, wie ist es? Und, wie ist es? Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin ein paar. Ich bin einbexperter. Ich bin einbexperter. Da fängt die Katze an zu mir an. Und eine kleine Geste. Duckface. Man muss an die Dialoge abgehen, glaube ich. Könnte ich einfach sagen. Ich bin eine Gedanke beteiligt. Was hat denn so? Die Das war so schön! Der감st du sehr schön! Wenn es so... Soh nannes ka? Soh nannes ka? Hohnt des ka? Et? Derziehbar ... Sundid ... Gabi ... 먹ers ... Anno, Gabi ... So, jetzt muss ich aber mal weiterarbeiten, Leute. So, jetzt muss ich jetzt mal wiederholen. Ah, Zwillinge. Ah, fast. Oh, die schon wieder. Die hardcore fans. Und tschüss. Ja. Ja. Gerne. Nicht, dass wir gerade in unserem Büro waren. Was ist denn jetzt? So, dann lass uns mal eben kurz gucken. Zurück ins Büro. Ah, nicht, dass wir da gerade waren. Naja, egal. Komm. Sorge, dass es im Moment keiner da ist, der hier einen neuen rumkloppen will. Spaß und traf irgendeine Truppe. Ne, alles gut. Okay. So, hier, ne? Mhm. Tschö, tschö, tschö. Muss durch. Hier. Zack. So, bisschen schmeichen. Äh. 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 Das geht nicht. Ich glaube, er ist auch immer so, dass ich mich an der Emi-Chan und Emi-Chan verabschiedet habe. Aber ich will es nicht so, dass ich es nicht so verabschiedet habe. Das stimmt. Gut, okay, aber dann würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal und dann gucken wir mal, dass wir da klarkommen mit den ganzen Teilaspekten. Boah, wir müssen alle anquatschen. Na gut, machen wir alles beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.